so schaut euch ich zeige euch warum ihr diesen powerlix mixer braucht bulletproof kaffee ich mache kaffee aus dem kühlschrank oder aus dem kühlschrank ein bisschen dinge zu erst tut nichts zur sache jetzt habe ich kaffee aus dem siebträger rausgemacht und jetzt mixe exakt der mutter waren frisch aus dem kühlschrank bei drei grad gekühlt ungefähr 10 sekunden später habe ich richtig zu den bulletproof kaffee des weiteren kann man ihn zum salat dressing verwenden das heißt mir hat ein olivenöl ein esslöffel reingemacht oder zwei dann machen wir einen teelöffel leckeren senf rein von allen natura und dann noch ein bisschen leckeren apfelessig das schöne ist bei diesem mixer der macht es schön flüssig innerhalb von paar sekunden cremig wie beim zack fertig super leckeres salat dressing egal welches pulver eiweiß pulver tee oder schnisch irgendwas ich mache es rein und ein zweimal drauf gedrückt sehen das ding geht abgeschmieds katze fertig wunderschön verteilt als auch für eiweiß shakes grandios also jetzt will ich mal zeigen wie das teil als aufschäumer funktioniert seht ihr das ist hammer und das ding ist fest ohne ende einfach nur geil probieren wir also innerhalb von ein paar sekunden hochgezogen